Nachwort zur Denk- und Verhaltensweise Wie du siehst und bestimmt auch schon gewusst hast, gibt es sehr viele Möglichkeiten, das Denken und Verhalten zu verändern, was wiederum einen Einfluss auf deine Lebensqualität und letztendlich auch auf deine Stimme haben kann. Wenn du dir diese Denk- und Verhaltensweisen bewusst machen willst, musst du sie immer wieder lesen oder anhören. Und das wahrscheinlich über viele Jahre, bis sie endlich im Bewusstsein und Unterbewusstsein angekommen sind. Denn eine Denk- und Verhaltensweise zu ändern, geht nicht von heute auf morgen. Vermutlich müssen viele davon bis zu tausendmal oder mehr im Kopf durchgespielt werden. Teilweise ist sie ja auch vererbt und fest verankert, was dir sicherlich klar ist. Und wenn man sich schon mit den einfachsten Angewohnheiten schwer tut, sie abzulegen, dann sehe ich das Ganze hier eher als eine Lebensaufgabe. Auch ich finde immer wieder Dinge, die ich an mir noch verbessern kann. Und werde sicher auch immer welche finden. So wie wohl jeder Mensch. Zudem spielt ja auch zu einem gewissen Grad, wie bereits geschrieben, das vererbte Verhalten mit rein, was sich nur sehr schwer, wenn überhaupt, verändern lässt. Insbesondere das, was in emotionalen Momenten besonders sichtbar wird. Falls du noch weitere Ideen hast, die das Denken und Verhalten verändern können, kannst du sie gerne an info.at.soundtetics.com schicken. Jetzt kommt der zweite Teil von Soundtetics Voice, in dem ich dir erkläre, wie du deine Stimme sprechtechnisch und durch tontechnische Tricks verbessern oder sogar komplett verändern kannst. Außerdem bekommst du Tipps, worauf du beim Aufnehmen achten solltest. Jetzt kommt der zweite Teil von Soundticht.